Was ist der Dummy mit dem Fuchsbalg? Das ist ein dreiteiliger Dummy mit einem Canvas-Stopf, um den ein Fuchsbalg herum verarbeitet wurde. Den gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal in vier und einmal in fünf Kilo. Und dieser eignet sich hervorragend, um den Fuchs-Apport vorzubereiten, da wir da noch nicht das volle Gewicht des Fuchses erreicht haben, was wir später im Apport haben. Wenn wir irgendwo mal so einen Fuchs mit sechs und sieben Kilo apportieren müssen, ist das eine super Möglichkeit, den Apport vorzubereiten.